ja hallo ich wollte mal zeigen mit dem mit einer Webcam auf EA ich habe mich gerade mal an die Lava One ich habe gesagt, dass wir mal ein Big Ben weil ich mir dachte, baue ich doch mal so einen kleinen Wasserschach mit Tüftkings und so habe ich gemacht, das war ganz über ein Tüftkings, das geht dann auch ich mache jetzt mal kurz, aber erstmal muss ich dann was erzählen nämlich dahinter ich weiß nicht, wenn ich hier runtergraben würde würde ich mal irgendwann Glowstones und sowas sehen, weil das habe ich egal, das werde ich euch gleich noch sehen ich würde jetzt erstmal sagen, dass man das Wasser rein sonst ist das Wasser fest drin dann sieht man hier so die Diamantblöcke die schieben sich dann auch durch Pilsen so ruck ja so sie schieben sich durch Pilsen zurück wenn ich jetzt das hier noch so das ausmache dass sie sich zurück schieben das wird mir nicht da die bisschen zurück die Blösen sich runter so dann ist man ja unten irgendwann dann bei einem Bedrock so, der kommt schon dann kann man sich hier so verstecken klar, toll oder? schreibt es ihm die Kommentare ob das euch gefallen ist? Entschuldigung, dass es spiegelverkehrt ist ihr müsst euch denken, dass alles genau spiegelverkehrt ist das nächste Spiel ist ja ein dicker Rolls bei euch aus dem Video ich werde jetzt keine dazu nicht irgendwie dazu noch in der Affairung machen oder so ich glaube, dass kann jeder das denkt, wie das geht machen wir beide jetzt wieder so dann würde ich sagen tschüss bis zum nächsten Mal euer Dominik LP bis zum nächsten Mal